Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz kurzes und knackiges Update. Wir schauen uns den Markt an, denn da ist jetzt mal wieder was passiert. Wir waren sehr, sehr lange auf einer Seitwärtsphase. Wir waren generell sehr, sehr lange auf einer langweiligen Phase. Kurze Anstiege und jetzt haben wir eine wirklich impulsive Bewegung. Ja, innerhalb der letzten Woche sehr, sehr stark nach unten am Wochenende. Viele haben auch den Dip genutzt, um ordentlich einzukaufen. Diejenigen haben schon mal ordentliche Prozente verzeichnen können, auch mit dem Bitcoin. Und jetzt, obwohl wir sehr, sehr viele negative Ereignisse hatten, ja, USDC, mögliche Probleme, alle Stablecoins hat das Ganze auch mit runtergenommen. Die Panik wurde vergrößert und vergrößert. Es wurde immer mehr Angst in den Markt reingedrückt. Deswegen auch viele womöglich gar nicht eingekauft haben. Deswegen auch herzlichen Glückwunsch an jeden, der eingekauft hat, der den Dip genutzt hat. Wir in der Telegram-Gruppe hatten das auch ordentlich besprochen. Viele haben da auch eingekauft. Wenn du auch in die Telegram-Gruppe möchtest, gerne unten in der Beschreibung findest du einen Link. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns an, was hat die impulsive Bewegung von Bitcoin zu bedeuten. Was können wir erwarten? Was ist wichtig, dass wir es halten? Und deswegen, ja, kurz und knapp, wenn euch das gefällt, zeig mir gerne den Support mit einem Like. Und da würde ich auch schon sagen, wir starten mal direkt rein in das Video. Und zwar sehen wir im Kryptomarkt, der Bitcoin ist jetzt über 8% wieder gestiegen, innerhalb von 7 Tagen 16%. Wir haben ein enormes Volumen in den Kryptomarkt reinbekommen. Die allgemeine Market Cap von Krypto ist jetzt bei 1,14 Billionen US-Dollar. Die USDC-Thematik hat sich verbessert und meiner Meinung nach zeigt der Bitcoin hier wirkliche Stärke. Wir haben es gesehen, denn wir haben endlich eine historische Schwelle überbrückt. Und zwar die 25.000, auch jetzt die 26.000 Kurs angetestet. Und jetzt wird es nämlich extrem interessant, ob wir diese 25.000 auch wirklich halten werden. Denn wie wir sehen, hatten wir diese Preisbereiche seit dem Juni nicht mehr gehabt. Okay, also seit diesem Terra-Luna-Skandal, der uns wirklich sehr, sehr lange in eine Seitwärtsphase hingelegt hat, müssen wir wirklich so sagen, haben wir jetzt eine unglaublich impulsive Bewegung, wie wir es hier alleine schon am Chart sehen. Und jetzt wird es nämlich extrem interessant. Endlich passiert wieder was am Markt. Meistens passiert am Markt was, wenn man keine Zeit hat. Ich bin gerade in meiner Abschlussprüfung, ich habe eine Bachelorarbeit zu schreiben. Bei mir ist gerade alles sehr, sehr turbulent. Aber ich dachte mir, okay, ich muss unbedingt das Update für euch bringen. Einfach damit jeder auch weiß, was zu tun ist, dass man auch etwas erwarten kann, gerade vom Markt. Und da sieht das natürlich gerade sehr, sehr bullisch aus, wenn wir beispielsweise mal auch auf Krypto-Twitter gehen. Da sehen wir auch, dass Bitcoin hier wirklich der Nummer 1 Trend ist. Bei mir zumindest bei Business und Finance. Ganz klar, weil der Bitcoin nämlich sehr stark nach oben gestiegen ist. Das extrem interessante ist ja folgendes, dass wir an einer Situation sind, beziehungsweise waren, wie 2008, mit einer möglichen Bankenkrise. Und der Bitcoin ist ja genau deswegen erschaffen worden. Das Krasse ist natürlich gut. Wir wussten nicht, wir wissen es wahrscheinlich immer noch nicht, wie sich der Bitcoin wirklich verhalten wird, wenn ein nächstes solches Ereignis passiert. Das heißt, wenn eine nächste Bankenkrise ausbricht. Jetzt sehen wir hier schon die ersten Bewegungen und wir sehen, Bitcoin ist wirklich hier einzigartig als Anlageklasse. Und ich muss wirklich sagen, ich persönlich würde zum derzeitigen Zeitpunkt lieber mein gesamtes Geld in Bitcoin investieren, statt in einen ETF oder sonst was. Meiner Meinung nach ist Bitcoin das sicherste Asset, was wir haben im Finanzmarkt. Klar, der Bitcoin ist sehr volatil. Ich muss aber auch sagen, wie weit wollen wir jetzt hier noch nach unten gehen langfristig. Wir sind hier wieder im Bullrun. Das ist meiner Meinung nach eine perfekte Option, den Bitcoin generell im Bärenmarkt einzukaufen. Wobei wir auch immer die Hintergründe verstehen müssen. Jetzt gerade wird extrem viel auch wieder über den Bitcoin geredet. Der Bitcoin wird gepusht, fängt ein neuer Bullrun an. Sowas, sowas, sowas hört man natürlich auch immer weiter. Und das ist ganz klar immer eine Interessenvertretung. Und zwar diejenigen, die wollen, dass der Bitcoin noch weiter unten bleibt. Die werden den Bitcoin schlecht reden, medial einen Crash hervorrufen wollen, um sich dann eben sehr, sehr tief einkaufen zu können. Und diejenigen, die auch schon ordentlich akkumuliert haben, die sagen, hey, jetzt kann auch langsam wieder ein Bullrun beginnen. Die werden natürlich auch so viel medial dazu posten, wie es geht, um eben zu einem gewissen Trend zu entfachen. Und das ist immer ein Bären-gegen-Bullen-Verhältnis. Und gerade sieht es halt wirklich so aus, dass die Bullen hier gewinnen. Und es ist tatsächlich auch so, gerade sind die Bullen hier in Überstimmung. Wir müssen aber auch sagen, wir haben das sehr, sehr schnell gesehen. Wir sind sehr schnell wieder eingesackt, sind jetzt sehr schnell wieder beim 4-Greed-Index nach oben gestiegen. Das heißt, die Gier nimmt immer weiter und immer weiter zu. Die Leute werden sich immer sicherer, dass der Bitcoin weiter nach oben steigen wird. Deswegen möchte ich auch nochmal einen Appell dran richten. Lasst euch nicht von der Angst leiten. Das ist ganz klar. Wie man sieht, die richtige Option war es jetzt zumindest, ordentlich einzukaufen, wo die Angst am größten war. Die Angst war wirklich groß. Ich habe es genutzt, um einzukaufen. Und jetzt wird natürlich wieder FOMO verbreitet. Fear of Missing Out. Jetzt beginnt der Bull Run. Wir sehen hier ganz klar 2019 Pullback 1, Pullback 2 und dann ging es nach oben. Genauso wie wir es jetzt 2023 sehen. Pullback 1, Pullback 2 und jetzt geht es nach oben. Deswegen meiner Meinung nach immer die Ruhe bewahren. Wir müssen auf jeden Fall schauen, ob der Bitcoin jetzt diese Niveaus hält. Wenn er das hält, dann sehe ich wirklich auch die 28.000 und auch über die 30.000 beim Bitcoin. Ansonsten denke ich mal, dass wir jetzt erstmal eine Weile seitlich flaggen werden, wenn das nicht passiert. Ich halte aber wirklich das bullische Szenario eher für möglich, weil wir eben doch gerade Momentum drin haben. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Aber sowas muss man natürlich auch immer beobachten. Wir haben jetzt wieder auch eine Market Cap von Bitcoin bei fast 500 Milliarden US Dollar. Eine Zahl, die wir auch lange nicht mehr gesehen haben. Generell von den Anstiegen fühlt sich fast schon an wie im Bull Run, muss ich ganz klar so sagen. Aber nicht nur der Bitcoin hat ordentlich performt, sondern auch viele Altcoins. Wobei wir sagen müssen, dass der Bitcoin hier der First Mover ist. Das heißt, wenn wir hier weiter seitlich flaggen sollten, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Altcoins dann auch ordentlich nachziehen werden. Denn bisher sind diese zwar angestiegen, aber nicht so stark. Das heißt, hier haben wir noch etwas Luft nach oben. Wie gesagt, gerade ist Momentum drin. Aber ich muss auch sagen, Alchemy Pay ist unglaublich derzeit. Also einer der Top Performer meinem Portfolio. Ganz klar, wir sind hier auf 200 Millionen Market Cap. Jetzt wieder fast auf den 4 US Dollar Cent. Das ist schon krass. Hier sehen wir eine wirklich starke Performance. Und an diejenigen, die sich erinnern, in den alten Videos haben wir ebenfalls auch schon von dem Kampf der Bullen und der Bären gesprochen. Und einer der größten Bären mitunter auf Krypto Twitter ist der liebe Capo. Und der ist tatsächlich auch am Trenden. Ja, wenn er trendet, dann immer, wenn wir in einem sehr, sehr bullischen Szenario sind. Und genau deswegen machen sich die Leute da auch schon lustig drüber, weil er persönlich gesagt hat, ja, bei 16.000, bei 17.000, bei 18.000, dass man die Märkte komplett verlassen sollte. Was meiner Meinung nach einfach einer der größten Fehler war, die man machen kann. Denn rein rational betrachtet ist 20.000 und alles unter 20.000 mehr Bitcoin unglaublich günstig. Das haben beispielsweise auch institutionelle Anleger so gesehen. Aber wir müssen auch sagen, das ist endlich mal wieder ein Anstieg, wirklich ein Bitcoin Breakout, weil wir die Niveaus wieder erreicht haben, wo wir lange nicht mehr waren. Wir haben endlich die Schwelle überbrückt bei ca. 25.000, die wir sehr, sehr lange nicht halten konnten. Wir hatten Rallys bis hin zu 24.000, bis hin zu 22.000, bis hin zu 23.000. Weiter sind wir nicht gekommen. Und das, was jetzt eben wichtig ist, dieses Niveau auch zu halten, wenn wir weiter nach oben schießen wollen. Und letzte Abschlussworte. Persönlich sehe ich wirklich das folgende Bild. Viele wollen Bitcoin unten sehen. Meiner Meinung nach tatsächlich auch einfach nur, um den Bitcoin weiter zu akkumulieren. Bitcoin wird auch in den Medien immer als tot dargestellt. Sehr interessant, komisch, dass es immer zu den extrem günstigen Preisen der Fall ist. Sehr, sehr komisch. Ja, Bitcoin ist ein Klimakiller. Bitcoin wird nur von Kriminellen benutzt und so weiter. Währenddessen die Banken zusammenbrechen und Bitcoin eigentlich wirklich, meiner Meinung nach, einer der besten Lösungen ist. Das heißt, wir sehen, man sollte sich immer seine eigene Meinung bilden. Man sollte auch irgendwo seinen Werten treu bleiben. Das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Weil wenn man sich medial leiten lässt, wenn man sich von der Angst leiten lässt, dann kommt man nirgendwo an. Man verpasst sämtliche Einstiege. Das haben wir wieder gesehen. Wir hatten nur kurz Zeit, ein bis zwei Tage uns ordentlich einzukaufen. Diejenigen, die es genutzt haben, haben es genutzt. Diejenigen, die es nicht genutzt haben, die haben jetzt in 20%, 30%igen Anstieg liegen lassen. Aber gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, wohin der Bitcoin-Preis gehen wird? Von mir war es das tatsächlich. Ja, kurzes Update. Ich werde mich sofort weiter an die Prüfung setzen. Freut mich, dass ihr ein bisschen dran geblieben seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.